Stephen Kings S. wird neu verfilmt und soll im September 2017 in unsere Kinos kommen. Zum ersten Mal auf der großen Leinwand. Es sind zwei Teile geplant, die natürlich komplett neu besetzt werden. Mama-Regisseur Andres Muschietti hat sich Bills Gaskart aus der TV-Serie Hamlock Grove für die Rolle des Monsters ausgesucht. Clowns sind ja seit jeher gruselig, aber der neue Pennywise setzt da wirklich neue Maßstäbe. Zum Vergleich, das hier ist S aus dem Film aus dem Jahr 1990 und das ist Bills Gaskart in voller Pracht. Was sagt ihr zum neuen Pennywise? Schreibt eure Meinung hier in die Kommentare.